So, meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video. Dankeschön, herzlich willkommen und es gibt mal wieder Verschwörungsnews, Verschwörungsnews, Blackouts. Das sind doch Verschwörungstheorien, sowas gibt es doch nicht. Komischerweise tritt sowas meiner persönlichen Wahrnehmung immer häufiger und immer langanhaltender auf. Und so ist es nämlich jetzt im ehemaligen Kreis, wo ich gewohnt habe, Rhein-Sieg-Kreis, das ist in der direkten Nähe von Bonn. Dort habe ich eine Zeit lang gewohnt, bevor ich hier in der Ecke von Leverkusen wohne. Dass nämlich dort jetzt seid, haltet euch fest, über 16, 17 Stunden bereits Stromausfall herrscht. Richtig, das Ganze hat gestern Abend angefangen, kurz war der Strom nach zwei, drei Stunden irgendwie für fünf Minuten mal wieder da. Dann ist er wieder komplett ausgefallen. So war es jetzt bei meinen Kumpels, mit denen ich dann versucht habe zu kommunizieren. Das hat dann bei vielen nicht funktioniert, weil auch noch die Handyverbindungen ausgefallen sind. Also klar, Festnetzleitungen gingen sowieso nicht ohne Strom, aber auch die Funkmasten sind ausgefallen. Also die waren wirklich komplett ausgesperrt, so konnte man es sagen. Ein Kumpel von mir ist nämlich dann hingegangen, ins Auto gesetzt, zehn Kilometer weiter gefahren. Da hat er irgendwo Handyempfang gehabt, hat sein Handy im Auto geladen, solche Aktionen gemacht, um mal wenigstens ein bisschen Lebenszeichen von sich zu geben. Und wenn wir uns das nämlich hier angucken, wie gesagt, das ist der Rhein-Sieg-Kreis. Das heißt, 41.000 Menschen seit Freitagabend ohne Strom, hieß es heute Morgen. Und wie gesagt, wo ich jetzt hier zur Mittagszeit das Video aufnehme, ist immer noch kein Strom vorhanden. Und es sieht auch nicht so aus, als ob das jetzt in den nächsten paar Minuten geklärt wird. Es liegt wohl oder soll wohl daran liegen, dass hier irgendwie ein Brand gewesen war in diesem Umspannwerk. Und ganz, ganz interessant, es liegt ja irgendwie immer an so Kleinigkeiten. Es ist ja nie irgendwie, ja, das Netz war überlastet, wurden zu viele E-Autos geladen oder sonst was. Nee, irgendwie gibt es ja immer so kleinere, einfache Sachen und Aussagen. Aber ich finde es schon interessant, es passiert meiner Wahrnehmung nach, wie gesagt, immer häufiger. Und so haben wir hier zum Beispiel Berlin. Viele von euch werden sich daran erinnern. Sorry, erstmal Dresden, Dresden, viele von euch werden sich daran erinnern. Im September, Ballon legt Stromversorgung in Dresden lahm. Und da saßen die Leute, Grüße gehen raus, alle aus dem Osten. Ich hoffe, ich darf das sagen, das ist nicht böse gemeint. Dass die hier 300.000 Haushalte komplett betroffen waren und keinen Strom hatten für eine längere Zeit. Einfach unvorstellbar. Dann diesen hier, den wollte ich gerade hinnehmen. Berlin, der größte und längste Stromversorgung in Berlin seit Jahrzehnten. Und das ist im alten Gebiet, wo ich gewohnt habe, irgendwie fällt überall Strom aus, wo ich mal gewohnt habe, merke ich gerade. Im Rhein-Sieg-Kreis ja auch, Herr Gut, in Dresden habe ich noch nicht gewohnt. Aber jetzt ernsthaft, hier im Köpenick, nämlich, in der Ecke habe ich gewohnt, Treptow-Köpenick, auch Strom ausgefallen. Und der lief hier 31 Stunden nicht. Und man muss sich ja überlegen, was hängt da alles dran, wenn der Strom wirklich ausgefallen ist. Das ist ein Rattenschwanz, der ist nicht zu verachten. Wir fangen einfach mal beim ganz Trivialen an. Du sitzt in der Wohnung, hast keinen Strom. Du kannst Internet nicht benutzen. Vielleicht läuft es noch übers Mobilfunknetz. Wird schon kritisch. Du kannst keine Lampen einschalten. Hier, den machen. Kannst im Dunkeln streamen übers Handy. Sehr toll. Du kannst deine Heizung nicht laufen lassen. Sprich, wenn die Gasheizung nicht den, also wenn der Brenner nicht eingeschaltet wird über Strom, also der Zündfunktur kommt und alles und die Pumpe nicht läuft, funktioniert keine Heizung. Du frierst den Arsch ab. Hoffentlich hast du ein paar Decken zu Hause. Hoffentlich hast du ein paar Kerzen zu Hause. Hoffentlich hast du ein bisschen gepreppt. Wie machst du Wasser warm? Kommt überhaupt noch Wasser aus der Leitung? Weil irgendwann hört das auch mal auf, dass du fließendes Wasser aus der Leitung bekommst, wenn kein Strom mehr da ist. Nächstes Problem. Dann, du kannst dir nicht mal einen Tee machen oder sonst was, um dich ein bisschen zu wärmen. Gut, wir haben das jetzt meine Kumpels gemacht. Die haben sich einen Pott, so einen Kochtopf genommen mit Wasser, einen Pott auf dem Grill und haben sich das Wasser da warm gemacht. Anderer Bekannter von mir hat selber nachgerüstet elektrische Rollladen im Haus. Der kommt gerade nicht raus. Der kriegt die Rollos nicht hoch. Der ist gerade am romantieren und versucht, das Rollo manuell an einer Tür, so Balkontür oder Gartentür, da zu lösen und hochzuschieben. Das ist aber gar nicht so einfach, weil der Motor natürlich eine Diebstahl-Einbruchssicherung oder wie sowas heißt drin hat. Und wenn man sich das dann anguckt, wie lange die Behörden halt dafür wirklich brauchen. Brand sorgt für längeren Stromausfall, zehntausende Betroffene in Nordrhein-Westfalen heißt es dann nämlich hier. Das ist schon eine ganz, ganz heftige Nummer. Kühlschrank läuft nicht. Was machst du mit den Sachen gut? Bei den aktuellen Temperaturen, wir haben so um die zwei Grad aktuell, guck aufs Temperometer, das geht für die Sachen im Kühlschrank. Gefriertruhe kannst du vergessen. Nach 16, 17 Stunden sind die Sachen durch. Was willst du damit? Im schlimmsten Falle musst du die Sachen entsorgen. Und dementsprechend, ich kann, also schreibt doch mal in die Kommentare rein, weil wie gesagt, man bekommt regional. Und ich habe jetzt nur so ein paar Beispiele rausgesucht. Regional. Ich denke, viele von euch hätten das jetzt, die nicht in NRW hier in der Ecke wohnen, auch gar nicht mitbekommen, wenn sie es irgendwie über Nachrichten gelesen oder gehört hätten im Radio. Weil es halt regionale Dinger sind. Ja gut, da sind ja nur 40.000 betroffen, da sind ja nur 100.000 betroffen. Hier 300.000 in Dresden, das ist schon was Größeres. Aber generell bekommt man das überregional selten mit. Aber wenn man gezielt danach sucht, findet man immer häufiger solche Vorkommnisse von irgendwelchen dubiosen Stromausfällen, durch irgendwelche äußeren Einflüsse, nenne ich es jetzt mal. Aber das Netz ist irgendwie nie überlastet. Und dementsprechend, darauf will ich hinaus, schreibt doch mal gerne unten in die Kommentare rein. Habt ihr in den letzten, was weiß ich, ein, zwei, drei Jahren auch schon mal so einen Stromausfall erlebt? Gab es das bei euch auch schon mal? Denn, interessant ist nämlich hier auch der Artikel vom 8. November 2021 aus der Zeit, unsere damalige noch Bundesumweltministerin, Herr Schulze, Atomstrom ist nicht grün. Söder will Blackout-Plan. Und das ist ganz, ganz interessant. Hier sagte sie nämlich, wir wollen keine Atomenergie, wir halten sie nicht für nachhaltig und wir wollen auch nicht, dass die EU das unterstützt. Ja, aber der Söder, der Verschwörungstheoretiker, kommt dann hier um die Ecke. Söder fordert Sicherungsplan gegen Energie-Blackouts. Ja, Heidewitzka. Und das ist es ja, was ich immer wieder sage. Das, was hier in dem Kanal präsentiert wird, sind öffentlich zugängliche Informationen. Great Reset, dass sich Merkel dazu geäußert hat, brauchen wir den, brauchen wir nicht und so weiter. Das ist kein Geheimnis. Die haben eine Website. Die haben eine Website darüber. Blackouts. Immer mehr dazu. Gibt es immer mehr Vorkommnisse etc. Dementsprechend, man sollte aufhören, die Leute eher als Verschwörungstheoretiker zu bezeichnen, sondern sich selber mal mit den wichtigen Themen beschäftigen und darum kümmern und selber auch informieren. Ja, und so heißt es hier in diesem Artikel nämlich, CSU-Chef Markus Söder hat eindringlich an die künftige Bundesregierung appelliert, eine sichere Stromversorgung zu garantieren. Es darf keinen Blackout geben. Wir brauchen einen Sicherungsplan gegen Blackouts in Deutschland. Wenn Blackouts drohen, wird der deutsche Wirtschaftsmotor stottern. Als erstes sehe ich jetzt mal hier bei einem Blackout die Überlebenswahrscheinlichkeiten der Menschen schon relativ in Gefahr. Also ich glaube, die wenigsten von euch oder von euch noch mehr, aber im Durchschnitt der Bevölkerung, werden ein Notstromaggregat da haben, um sich ein bisschen zu versorgen. Werden vielleicht, wie ich hier in der Schublade, habe ich in meinem Ollis-Weltkanal drüben auch getestet, ein paar Powerbanks haben, um ein bisschen abgesichert zu sein. Vielleicht auch irgendwie was, was man mit Solarbetrieb laufen lassen kann, was bei dem aktuellen Wetter natürlich nahezu unmöglich ist. Deswegen ist die Kernaufgabe der neuen Bundesregierung, Blackouts zu verhindern und den Bau der Stromleitungen voranzubringen. Weiterhin sagt er hier, wenn der nötige Strom für Elektromobilität und Digitalisierung nicht zur Verfügung steht, dann wird Deutschland international abgehängt. Ja, wow, was für eine Erkenntnis, die wir seit Jahren hier schon sehen und festgestellt haben. Aber Leute, mal gucken, was davon dann wirklich ankommt. Nur, so sagt er hier berechtigt, es bringt nichts, wenn man jeden Landkreis verpflichtet, 100 Windräder aufzustellen. Das macht nur dort Sinn, wo viel Wind weht. Wir brauchen stattdessen eine massive Beschleunigung des Stromleitungsausbaus. Ja, man sollte generell darüber nachdenken, dass man Atomkraftwerke doch nicht abschaltet. Aber das sind ja nur irgendwelche Parolen und sonst was. Und dementsprechend, ich verlinke sie euch nochmal unterhalb des Videos. Liebe Ersteller hier, ein Abonnent, der dieser Liste, dieser Prepperliste, hat auch eine neue Version mir gerade eben geschickt. Herzlichen Dank dafür, die ist noch nicht eingepflegt, das mache ich aber auch, deswegen hier aktuell mal reingucken. Vorsorge, was ist wichtig zu haben? Lebensmittel, Essen, Trinken, Wasser. Wie gesagt, ich habe gerade angesprochen, klar kannst du jetzt noch zum Wasserhahn gehen und füllst dir da ein bisschen auf. Wenn der Strom aus Verlänger läuft, dann kann es sein, dass das nicht eben passiert. Relativ einfach zuzubereitende Sachen oder gar nicht zubereitfähige oder notwendige Sachen, sondern einfach aufreißen, essen, das war's, damit du hier halt klarkommst. Weil auch nicht jeder Supermarkt hier auf dem Land ist so versorgt, dass er die Kühlung laufen lassen kann über Nobschrum, Aggregat und alles drum und dran. Dementsprechend guckt euch diese Liste hier gerne mal an. Da sind natürlich auch noch wichtige Sachen drin. Reinigungsmittel, hier zum Beispiel Licht, Kerzen natürlich, Teelichter, Teelichtofen, der hier bei mir auf der Fensterbank steht, den man gerade zu der jetzigen Jahreszeit benötigt. Toilettenpapier natürlich, Kondome, ja klar, das gehört alles dazu. Gerade so Hygieneartikel hier, Damenbinden und so weiter. Sonst fängst du da an und steckst dir da irgendeinen anderen Stöpsel rein oder was weiß ich. Wundversorgung, was ist, wenn du dich jetzt hier verlässt, hast kein Licht. Also Leute, das sind Szenarien, das muss man sich nicht, das darf man sich nicht vorstellen, das muss man sich gerade vorstellen, bin ich fest überzeugt davon. Ganz, ganz wichtig, damit man sich eben nämlich auf diesen Fall vorbereitet. Und ich werde das auch machen. Sobald ich im Besitz eines eigenen Hauses bin, werde ich meine Prepperversorgung deutlich ausbauen. Könnt gerne in den Kommentar schreiben, wenn ich dazu ein Video ausführlich dann machen soll, wenn es soweit ist. Da werde ich ein Notrufaggregat definitiv als erstes mir holen und bereitstehen haben, ganz sicher. Dementsprechend Special Video dazu. Ich drücke die Daumen, dass im Rhein-Sieg-Kreis da bei meinen ehemaligen Freunden und Nachbarn, ja Freunde sind es ja immer noch, auch wenn ich nicht mehr da wohne, dementsprechend aber wieder schnell Strom zur Verfügung ist. Haut rein, schreibt mal in die Kommentare, wie es bei euch ausgesehen hat, gab es das bei euch schon und wenn ja, wie lange? Abonnieren nicht vergessen, alles bleibt scheiße, bis zum nächsten und ciao. Tschüss.